Hi, alles klar meine kleinen Pokémon-Fans? Heute zeige ich euch als 600-Abo-Spezial das Spiel Geh wie Graze. Und ihr geht, wieso ist hier alles grün? Hat sich da wer auf dem Titelbildschirm übergeben? In diesem Spiel müssen wir einen Haufen Chicken Nuggets retten, die von einem schwulen rosa Walross entführt worden sind. Also legen wir mal los und hauen richtig auf die Kacke. OMG da ist ja ein riesiger Löwe. Ich hoffe, der will mich nicht zum Mittag verspeisen. Wenn hier jemand was verspeist, dann bin das ich, und zwar diese ganzen lecker Schmeckerfrüchte. Krass, wie soll ich denn an diesen Chicken Nugget geilen Mischeln vorbeikommen? Aua, das tut weh. Wollte ihr mich flachsen? Das gibt Drache. Ähm, das habt ihr nun davon, ihr scheiß Meeresfrüchte. Ich werde euch alle platt machen. Oha, da ist ja schon einer meiner Chicken Nugget Freunde. Keine Angst, mein kleiner Cheater. Ich rette dich. Passt mal auf, ihr Noops. Jetzt zeig ich euch ne mega geheime Abkürzung. Cool, nicht wahr? Sogar ein verstecktes Extra-Leben gibt es hier. Was zur Hölle war das denn? Scheiß Terroristen. Da habt ihr's. Niemand legt sich ungestraft mit mir an. Oh yeah, noch eine Zutat für mein Happy Mehl. So, nun töten wir einen dieser Pissköpfe und klauern ihm sein Fahrzeug. Dieses Konzept wurde einige Jahre später dreist von der GTA-Serie geklaut. So eine Unverschämtheit. Okay, wir beschleunigen das Ganze mal ein wenig. Oha, was ist das denn für ein blasser Typ? Versucht er mir Alkohol anzudrehen? Dreh deine dreckige Importware wem anders an. Mann, nicht mal beim Baden ist man sicher vor diesen Fastfood-Suchtes. Oh yeah, jetzt hab ich schon drei Chicken Nuggets. Fehlt nur noch einer für meine Imba Junior-Tüte. Ich würde sagen, wir überspringen diesen Läfel und gehen direkt zum letzten Stück Geflügel. Fantastisch, jetzt ist mein Kids-Menü komplett. Oh, verdammt, was ist das denn für ein hässliches Vieh? Hör auf mich voll zu rotzen. Arck, rück mir von der Pelle, du Gen-Mutant. Heilige Scheiße, spuck mich sofort wieder aus, du Kotzbrocken. Wie eklig ist das denn? Es sehen doch auch Kinder zu. Krass, was für ein Gemetzel. Aber egal, ich habe gewonnen. Ende gut alles gut. Und dann bin ich mir jetzt mal überlebt. Und wenn ich jetzt hier bin, ich mich jetzt mal gewinnen. 5000-Nagin-Nagin-Nagin-Nagin-Nagin-Nagin. Vielen Dank.